Auf dem Turnier ist immer meine Schwester dabei, meine Eltern und unser Hund zur Unterstützung. Also sie hilft mir und unterstützt mich seelisch und gibt mir einfach Sicherheit. Sie ist eine super Schwester und ich finde Reihsport ist Familiensport, da man zusammen den Reihsport betreibt und zusammen Spaß hat. Also meine Schwester und ich reiten seit wir sechs Jahre alt sind, von klein auf quasi. Bis zum nächsten Mal.